Die Arme nicht hinterher, dass die Bänder so schnell sind. Kann doch gar nicht sein. Möglich. Alter, die Arme greifen nicht. Was zum Teufel ist in der Losheit? So, so. So, so. So, wie darfst du für Chemikalien? Naja, ich bin noch am Verkabel, also verroren quasi. Ich brauche noch ein bisschen leider, damit das einmal vernünftig gemacht ist, weil sonst ist es hinterher so ein Chaos wie unsere Produktionsanlagen am Anfang. Okay. 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 Vielen Dank. Okay. So, 10 Pumpen sind an Tanks angeschlossen und befüllen die auch. Jetzt habe ich nochmal 8 Pumpen und... Ja, nochmal so viele Tanks. Das Problem war zulässig, weil da stehen Geschütze. Wunderbar. Okay. 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 Hmm. Okay. 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 Du kannst das richtig sehen, wie das pumpt hier, wie ein Herzschlag, ne? So, 20, nee, Quatsch, 18 Ölfüllertürme angeschlossen und mit Puffer. Jetzt geht's an die Fabrikation. Alter. Ekelhaft. Wir haben momentan vier Endprodukte, richtig? Äh, Stein, Eisen, Kupfer und Stahl, ja. Oh, warte mal, ich sehe was anderes gerade. Stein habe ich aber tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht bis hier nach oben gebaut zu mir, weil brauche ich halt nicht. Ja. Beziehungsweise noch nicht. Nee, ich war gerade bei Chemie tatsächlich dran. Achso. Na, ist klar, ich muss den Chemiepark freimachen. Will ich den Chemiepark freimachen? Ich brauche mehr Platz für das, was jetzt alles da möglich ist. Alter. Okay. Okay. Wie mache ich das am besten? Was denn? Ja, das, 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 das weiterverarbeiten hier. Was kann ich denn da drin machen? Darin kann ich erst mal nur Flüssiggas machen. Ich glaube, Flüssiggas brauchen wir für eigentlich so gut wie alles. Und dann können wir alles. scheiße ich glaube ich muss gleich irgendwie noch mal ein paar kraftwerke bauen das kann sein ich habe ja jetzt die die oben sind nur für oben hier habe ich nämlich eben vom restlichen netz abgeschnitten doch ein bisschen viel was hier gerade alles frisst ja 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 jetzt Untertitelung. BR 2018 Ich brauche wieder Eisen, ein Gift wie Eisen, was du da abgestapelt hast, das hast du toll gemacht. Ich brauche wieder. Ich brauche noch ein paar Pumpen, wenn du mir welche machen könntest und dann vielleicht ein bisschen mitgucken. Pumpen wäre ein Gold wert, die würden vielleicht sogar mein Problem gerade lösen. Ich kann mal gucken, was ich machen kann. Scheiße, kann ich doch nicht. Ich muss eine zweite Motorproduktion bauen. Ja. So. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020